Wenn du weg bist, dann findest du noch weiter weg, wenn du zurück willst. Nein, passt los! Wie, Weltbeobacht, Digga, warum jetzt Weltbeobacht? Ja, weil das Hardcore ist, du Vollpfosten. Jawoll. Oh, hä? Digga, und wo fällst du? Digga, du bist nicht... Jetzt haben wir noch rausgeploppt, Digga. Jemand hat mir das schon erzählt, dass das irgendwie gruselig ist. Ja, das war mit dem roten Baron. Heute war es sogar noch gruseliger eigentlich. Ah! Digga, wo kommt denn jetzt her? Na, machst du nicht. Ich hab die Konsolen. Nein, hast du nicht. Guck mal, ich hatte 15 Uhr Schluss und schau mal, was ich gebaut hab. Ja, ich hatte auch 15 Uhr Schluss. Ich war nicht zu Hause. Du bist nur gerade... Boah! Boah, das sieht ja geil aus. Schau mal ganz oben. Hahahaha! 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 Digga, sonst, Digga, dieser Typ sieht aus wie... Körn... Frankfurt hat, Digga. Der sieht aus wie vom Bus überfahren, Digga, bin ich ehrlich. Hahahaha! Bruder, der Typ sieht aus, als hätte er... Vor allem, er ist halt auch so schäl, ne? Er hat drei IQ, Digga, er läuft immer mit offenem Mund rum... Rrrr... Er ist einfach Patrick in real life, Digga. Das sieht aus, als ob da Down-Syndrom so gerade eben entkommt, Digga. Hahahaha! Tresummi 20,5! Ffff! Hahahaha! 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 Gott, Imogy! Hahahaha! Das ist nicht hoch genug! Nein, 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 nein! Das ist nicht hoch genug! Das ist nicht hoch genug! Das ist nicht hoch genug! Ich kann es nicht nehmen. Naja, ich auch nicht. Ja, noch was. Aufpassen! Mein Gott, John! Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ja, hinter der Wand weg links. Ich bin nicht treffen! Ich bin nicht treffen! Noch getroffen! Bombe gefunden! Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie! Wir haben die Bombe gar nicht gefunden! Kann das sein? Sobald ich verstehe! Wir laufen ja einfach random ein, ne? Damit ich das verstehe! Oh, scheiße! Das wollte ich gar nicht! Ich hatte keinen Damage mehr machen! Team Damage ist aus! Wie ziehen der mit? Alter! Feuer einstellen! Sag sowas doch nicht! Hast du uns beide gehört? Oh Gott! So dehnen die Tür auf! Können wir ihn einfach mal töten? Hahaha! Das ist immer nicht, als hätte der Herlauft! Man kann ihn aber gar nicht töten! Ne, ne! Ich glaub in der Phase nicht! Die Gegner hat einfach raus durch euch! Und Behälter lokalisiert! Die Gegner hat einfach raus! Bleiben 10 Sekunden! So... 5 Sekunden! Hahaha! 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 Nitro Handy wird startiert! Oh! Echt deine Mutter? Hahaha! 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 Hörniger! Angst! Ich auch! Geez Hörniger Cordell! Hörniger Cordell! Hörniger Cordell! Hörniger Cordell! Oh Oh Wollah, ich hab da nix gemacht, sieht so gut aus. Ey, warum müssen wir da segel schieben? Ey, wir waren in Tokio. Oh mein Gott, Digga. Du kannst einfach wirklich nicht ein einziges Wort außer Tokio, Digga, wie geil. Was ist für dich? Oh, du brennst! Nee, Digga, nicht schön rein, Schöpfeljord. Warum darfst du dir hinkommen? Das ist mal krass, aber auch okay. Das ist das Gleiche. Ich seh' noch... Ich seh' noch mit diesem Sound, das so gepflegt wird. Wie vieler Sounds dürfen wir denn auch... Digga, da war gestern so ne Frau, ne? Und die wollte mit mir reden einfach. Und die ist dann auf mich zugekommen. Und dann hat er einfach gesagt, ey, du junger Mann. Du siehst aber sehr hot aus. Und er zieht sich um, ne? Und läuft so zum Bus. Im Tracker. Du hast ne Storyteller. In dem Sinne... Piss ich. Ob er sie nicht weiß. Dass meine Toilette nicht funktioniert. Und nicht in den Resona... Flaschen-Scheiß. Das ist wie... Leute kommen immer nur zu mir, Digga. Wenn sie wissen, ich hab ne goldene Ska oder wenn ich... Weißt du. Aber diesmal... Ist mir alles egal. Ich erfolge Hannes, auch wenn ich keine Mets habe. Schaut auf die Nights. Ey, Raphael, das erinnert mich voll an. Also das... Wird mir gar nicht wecken. Na Hannes? Hannes, wie sagt man so schön, Digga? Wie kannst du den Highground erwarten, wenn du nicht farmst? Und nur nach Waffen suchst? Digga, wachen. Digga, ich spiele wieder so Fortnite. Bro, pull's out the Fortnite-Quotes. Ich brauch auch einen XP, sorry, ich kann meine eigene XP. Einer fehlt noch. Hannes. Hannes fehlt. Was soll, ich bin drin. Joshua fehlt. Digga, achso stimmt. Du... Oh nein! Wie macht ihr das mit den Drop-Heads? Oh was... Äh... Wie markiert man nochmal? Ach, stimmt. Ich mach... Tick-Tock, 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 Tick-Tock. Tick-Tock, Tick-Tock. Tick-Tock, Tick. Tick-Tock. Tick-Tock. Hantet? Er hantet, er hantet, er hantet. Blurway Lavender. Ach so, ich hab... Ja, ich hab ihm mit dem Herz gestochen. Er hantet! Du wirst uns... Er hantet doch nicht. Warum ja jetzt? Er hantet nicht. Oh mein Gott! Lalalalalala